und damit halli hallo und herzlich willkommen hier auf pnv simulation ich binze der bio begrüßt euch ganz herzlich und freue mich dass ihr einschaltet schön dass sie wieder da seid zu einer neuen ausgabe der news ja in dieser woche war es doch relativ ruhig hier in der simulations welt so dass ein oder andere haben wir aber noch und das möchte ich hier gerne mit euch hier abarbeiten das würde ich sagen wir holen wir schnell den partnertrailer rein und dann geht's sofort los der bus simulator bekommt er jetzt im laufe des monats ja seine ersten dlc ist für den bus simulator auf der playstation 4 und der xbox one und hier hat man folgendes dazu geschrieben wir hoffen ihr hattet einen guten start ins neue jahr aufgrund der großen nachfrage hier noch einmal genauere informationen zur aktuellen dlc planung die ersten beiden dlcs mit den neuen innenraum ausstattung für euren mr n und mercedes benz bussen werden wie geplant am 16.01.2020 für ps4 und xbox one erscheinen und als kleine überraschung als kleines dankeschön für eure geduld werden wir diese beiden dlcs auf den konsolen völlig kostenlos zum donut bereitstellen die anderen bereits in arbeit befindlichen dlcs wie neue bus packs mit neuen bussen für pc und konsole die heiß ersehnten karten erweiterung für die konsole sowie weitere updates für das spiel folgen dann stück für stück wir hoffen ihr wollt euch schon genauso darauf wie wir also das bedeutet dass jetzt am 16.01. die innenraum ausstattung dlcs komplett kostenlos sind ob jetzt nun für playstation 4 oder der xbox one finden wir eine relativ coole sache seitens von astragon dass sie das ganze da so durchziehen und als kleines dankeschön das einfach noch mit auf den weg geben eine neue karte ist erschienen die karte landkreis bonningen ist eine fiktive karte die im nordosten der bundesrepublik deutschland ganz in der nähe der hauptstadt berlin angesiedelt ist mit seinen 950 quadratkilometern ist er einer der kleinsten brandburgischen landkreisen die einwohnerzahl liegt ungefähr bei 94.000 menschen im brandburgischen landkreis liegen die kleinstädte bonningen und wiesenburg sowie der ort erlensee der bus und bahnbetrieb in bonningen wiesenburg und erlensee übernehmen die verkehrsbetriebe der landkreis bonningen vlb mit dabei sind drei buslinien tag eine nachtlinie zwei u-bahnlinien weitere ki linien fernbus regionalbahn et cetera umfangreiche abwechslungsreiche fahrpläne mit zentralen abfahrten am zob ersatz verkehr der u-bahn verschiedene chrono events shuttle bus originale vbb tarife fahrpreis tarifbereich bc reale aus berlin brandenburg und repains für verschiedenen bussen und das ganze stammt von berliner nahverkehr das hört sich auf jeden fall mega interessant an wir haben uns das ganze bereits schon runtergeladen den download link dazu findet ihr natürlich unten in der video beschreibung falls ihr selbst mal einen blick in landkreis bonningen werfen möchtet eine weitere karte ist dennoch erschienen und zwar grummen ab 2009 10 diese karte ist ab sofort verfügbar für alle es ist geschafft seit 2015 gibt es die omsi map und nun ist sie offiziell fertig kommt mit ins tiefste bayern erlebt natur pur und entdeckt einige neue abgeänderte bereiche zwei city linien in grummen ab intercity linien ins grummen aber umland shuttle linie zur gedenken städte db linie zwischen deutschland und tschechien und eine stadtbus linie in tschechien das ganze könnt ihr wie gesagt jetzt herunterladen auch diesen download link findet ihr unten in der video beschreibung falls euch die karte interessiert wir haben es auf jeden fall schon mal angeklickt wir haben schon runtergeladen und gespannt wie sich das ganze so spielen wird jetzt kommen wir zu einer kleinen interessanten sache wir haben nämlich eine anfrage bekommen ob wir hier nicht mal so ein bisschen werbung machen können für ein payware addon namens esslingen am necker es werden folgende person hier gesucht unter anderem objektbauer kreuzungsbauer einen fahrzeugbauer einen der display oder zum beispiel beschriftbare haltestellen schilder erstellen kann also hier wird es in dem fall er ein scripter sein es ist keine voraussetzung in der nähe zu wohnen was gebraucht wird wird von hobby filmer und marvin necker gaming gestellt informationen zur map sind dass folgende linie geplant sind die 101 die 104 die 106 und die 114 und eventuell sind hier noch die linien 140 und die 143 mit drin wenn es busbauer gibt die uns den solaris trollino 18 bauen können wird dieser mitgeliefert anderwertig wird nc2 oder ähnliches gebraucht wie gesagt das ganze ist aktuell noch in einem sehr frühen stadium aber wer bock hat hier an einem payware addon mit zu arbeiten der kann sich gerne melden darunter findet ihr in der video beschreibung auch einen discord link da könnt ihr euch gerne bei der truppe mal melden und das war es eigentlich auch schon von den news heute mehr war aktuell nicht zu finden ich finde aber das ja kann auch erst mal ein bisschen entspannter starten bevor sie wieder turbulent wird zum mitte des jahres deswegen ja gibt es ja an sich nichts mehr groß zu sagen außer ein thema noch vielleicht was leicht ganz interessant ist und zwar geht es hier noch mal um die c2 stadtbus familie hier wurde ich jetzt in den letzten tagen mehrfach angeschrieben dass die ganzen tweets die hier in den video beschreibungen gepackt habe alle offline sind hier gibt es wohl eine kleine umstrukturierung seitens des addons der c2 stadtbus familie deswegen sind die nicht mehr vorhanden also bitte da nicht wundern falls ihr darauf klickt und ihr kommt ins nirgendwo aber auch natürlich jetzt keine mutmaßung erstellen wie das dlc kommt sowieso nicht oder sowas da gibt es wohl jetzt etwas geplant ich habe einen insider der hat mir da schon ein bisschen was berichtet von dass jetzt die betatester jetzt da sind dass jetzt nur jetzt alles testen müssen also es geht weiterhin voran und da gibt es nichts wo man jetzt sagen müsste dass das dlc nie erscheinen wird lassen mal wie gesagt uns da einfach mal überraschen aber wie gesagt das ganze ist natürlich alles noch ziemlich im dunkeln so damit verabschiede ich mich wünsche euch noch einen schönen sonntag und wir sehen uns dann natürlich zur nächsten news am nächsten sondern dann hier wieder freue mich natürlich wenn ihr wieder dabei seid und wenn euch das video gefallen hat lasten like da schreibt in die kommentare wir sehen uns bis denn tschüss wir sehen uns beim nächsten Mal